Okay Freunde, kurze wichtige Information und zwar zu einem Lifestream gibt es eine ganz, ganz kleine Änderung. Und zwar werden wir nicht nur das letzte Level auf Alptraum spielen, nein Freunde, wir werden die ganze komplette Story auf Alptraum spielen. Neuer Spielstand, alles komplett neu, alles von Anfang an auf Alptraummodus, das wird wirklich, wirklich Hardcore. Ja, ihr seht, hier hinter mir ist jetzt die Wand, ich habe jetzt mal hier ein bisschen umgeändert, damit wir dann halt eben schön hier so Unboxing machen können. Wo wir gerade schon beim Thema Unboxing sind, ich war nämlich heute einkaufen gewesen und da habe ich mir eine Hawkeye-Figur geholt. Ja, das Unboxing gibt es aber erst morgen, weil fast 9 Uhr ist, ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt viel lieber eine Skylanders Imaginator-Figur in meiner Hand gehabt. Ich habe den Start-Effekt dreimal gesehen, dann habe ich noch Barbella gesehen, den habe ich noch gesehen. Dann habe ich noch diesen einen Sensor, ne Ember war es nicht, der Name gerade nicht mehr ein, dann noch so einen richtig dunklen Sensor, also es war nicht Mysticat, Mysticat kommt ja glaube ich irgendwann später raus. Ja, aber ich war hartnäckig gewesen, habe mir dann den Hawkeye gekauft, weil ja, der musste einfach sein, ich wollte ihn unbedingt haben. Ja, nun gab es auch ja schon letztes Jahr einen 2.0 in dieser speziellen Version und da habe ich einen, das konnte ich mir leider auch nicht kaufen, weil das war nur für Sony-Kunden gewesen und ich bin ja kein Sony-Kunde, ich bin ja Xboxer, hier geht leider nicht und ja, ich bin letztendlich froh, dass ich ihn habe. Morgen gibt es das Unboxing dazu und ja, dass es einfach nur diese keine Änderungen im Leistung gibt, sonst bleibt aber alles gleich, Freunde. Die Zeit wird sich dann an dem auch dementsprechend noch ändern, nehme ich mal an, aber nicht weiter schlimm. Wir wollen ja das was gewesen, bis zum nächsten Mal, haut rein und bis.